Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Willkommen zum Event-Fazit von Der Magische Garten. Ja, das Event wird dem einen oder anderen schon bekannt gewesen sein, denn Anfang des Jahres gab es schon mal das ein und dasselbe Event, nur das Design war ein bisschen anders da. Das Ganze hieß Der Zaubergarten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich würde sagen, betreten wir einfach mal das Event und... Ja, eigentlich soll das ein Herbst-Event sein, aber eher Frühling wie Herbst, würde ich mal sagen. Aber was musste man denn eigentlich tun? Also, es gab zwei Drop- und zwei Event-Pflanzen. Einmal gab es das gelbe Blatt, das aus der Insel getroppt ist, also Regenwald und der Farmerama-Plantage. Und dann gab es die rote Dahlie, wenn... Ich hasse es, es zeigt nie die Namen an. Ah ne, rote Ochidee. Die musste man auf der Insel anbauen und dann gab es das rote Blatt, das ist aus der Farm getroppt, und dann die orange Dahlie, die man eben auf der Farm anpflanzen musste. Ähm, ja, und dazu gab es noch ein Mühlenprodukt, nämlich das Füllhorn. Das schauen wir uns mal an. Das war auch wieder klar, was man denn dafür gebraucht hat. Nur die zwei Drop-Items. Einmal das gelbe und einmal das rote Blatt. Gab es davor, glaube ich, auch noch nie, sodass man nur Drop benötigt hat für das Mühlen... Hoppala, für das Mühlenprodukt. Ähm, aber egal. Und dazu gab es natürlich noch Event-Körbe. Drei Stück sind es wieder. Ähm, den kleinen, mittleren. Riesig. Und, ach ja, es gibt der jetzt schon vier, stimmt. Der für 13 Euro, da gibt es ja nicht allzu lang. Ja, kauft eh keine Sau. Ähm, also ich kenne keinen. Genau, und dann gab es noch die linke und rechte Abgabenspalte, Aufgabenspalte, wie auch immer. Ähm, und die hier war für die Farm. Und die hier für Bahamarama. Ähm, hier hat man Pflanzen, Baumfrüchte von der Farm benötigt oder auch mal Erzeugnisse oder Tiere. Und halt eben ab und zu Pflanzen, Drop oder das Füllhorn. Und hier ist es halt genau das gleiche, nur halt mit den Bahamarama-Pflanzen, Tiere und so weiter. Und da hat man dann, ähm, tolle Belohnungen dazu bekommen. Ähm, und hier einen wunderschönen Fassadenstall und hier als letzter ein Krokodilstall. Ähm, und genau, wenn man insgesamt zehnmal etwas bei der linken oder rechten, egal wo, abgegeben hat, hat man dann das erste Item bekommen. Nämlich K.O. Apfel bei der 30. Abgabe, dann überfließendes Horn und dann bei der 70. Abgabe. Horn-Duett bei der 100. Früchte im Überfluss und zu guter Letzt, ähm, Wolkenrei, der Magische Garten. Und eine coole Sache, man bekommt die Items Doppelt. Das ist richtig geil. Ähm, hier gibt's welche und hier gibt's welche und dann noch hier. Das liebe ich, wenn's die Items Doppelt gibt. Die gehen nämlich bei Gift & Trade gut weg. Genau, ähm, ja, das ist so das, was man tun musste, sag ich jetzt mal. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den Sticker, die Items und die Ranke genauer an. Wir machen einen kurzen Cut und dann schauen wir uns den Sticker zuerst an. So, hier sehen wir den Sticker. Ich hab jetzt mal eine Seite leergeräumt, damit wir nicht immer 100 Jahre suchen müssen. Ähm, ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ist eigentlich ein einfacher, schlichter Sticker. Nichts dermaßen Besonderes, aber gefallen tut er mir trotzdem echt mega, mega, mega gut. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Ranke mit den Items an. Und ich seh' gerade, ich hab' die Ranke noch gar nicht bestückt. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und dann schauen wir mal, was uns die Ranke denn so tolles bringt. Also die Items schauen echt richtig, richtig geil aus. Das muss man einfach mal so gesagt haben. Ähm, okay, das hier ist schon schön, aber... Weiß nicht, da fehlt noch irgendwie was. Ähm, und ja, was bringt denn eigentlich die Ranke? Die Ranke bringt 20.000 EP, 15.000 TEP und dann noch 20.000 Moospenny. Ja, okay, ähm, ist jetzt nicht so die geilste Ranke, die ich je gesehen habe. Aber besser als gar nichts. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Dem Eventaufbau gebe ich eine Punktzahl von 8 Punkten. 10 von 8 Punkten. Dann, das Eventdesign ist schon richtig geil. Da gebe ich auf jeden Fall 10 Punkte. Ich glaube, es gab noch nie ein Event, wo ich unter 10 Punkte gegeben habe. Weil das Eventdesign ist immer richtig, richtig geil. Dann den Eventsticker, den haben wir uns ja vorhin mal kurz angeguckt. Dem gebe ich 9 Punkte, weil, ich weiß nicht, der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Obwohl das eigentlich ein schlichter, einfacher Sticker ist. Einfach nur so eine Vase mit der orangen Dahlia drin. Dann die Eventpflanzen habe ich jetzt zu einem gemacht, weil die eigentlich gleich ausschauen. Nur, dass die eine orange und die andere rot ist. Denen habe ich dann 9 Punkte gegeben. Ja, sind richtig geil, aber irgendwas hat da noch gefehlt. Dann kommen wir zum ersten 1x1-Item. K.O. Apfel. Das Item mit dem Baum. Ja, ist echt sehr, sehr schön. 9 Punkte. Überfließendes Horn, das nächste 1x1-Item. Eindeutig 10 von 10 Punkten. Dann Horn-Duet. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das nicht ganz so geil ist. Aber trotzdem, sehr, sehr schön. 9 Punkte. Dann das 2x2-Item Früchte im Überfluss. 10 Punkte. Das ist auch wieder bombastisch. Wolkenreihe. Ja, habe ich ja schon erwähnt, dass ich die echt wirklich langweilig finde. 6 von 10 Punkten. Dann die Nebenbelohnungen. Die waren ja echt bombastisch, muss man sagen. Ab und zu gab es dann natürlich wieder Schrott. Ähm, Turbo-Dünger. Und ja, es gab Superfutter. Susi-Super-Dünger. Jede Düngerart eigentlich. Und einiges an EP, Moospenny. Und es gab auch eine Salak-Palme. Und eine, ich weiß gar nicht, wie die Weide heißt. Eine Palmweide. Also, die Nebenbelohnungen waren echt richtig krass. Also, insgesamt gab es 100 Punkte. Und ich habe eine Gesamtpunktzahl von 90 Punkten. Rechts sehen wir den Notenschlüssel. Das entspricht dann der Note 1. Bei meinem Bruder kam dann eine Gesamtpunktzahl von 83 Punkten raus. Ja. Das ist dann die Note 2. Ist doch eigentlich ein gutes Ergebnis für ein Event. Eine Note 1. Was will man mehr? Ich bin gespannt auf das nächste Event. Das nächste steht ja das Neon-Zucht-Event an. Werde ich aber nicht teilnehmen. Und das Event danach ist dann, ähm, das große Top 3000 Erntefest inklusive Angel-Event. Ähm, soll anscheinend kombiniert sein. Lassen wir uns mal überraschen. Da müssen wir echt noch ein bisschen warten. Das sind jetzt, glaube ich, noch eine Woche. Genau eine Woche. Bis zum Event-Start des Top 3000 Events. Ich freue mich. Ja. Wie ich sagen, war es das mit diesem Video. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.